Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute das Video, was ich euch angekündigt habe, wo ich euch vorstellen werde, wie ihr euren eigenen Controller herstellen könnt und den for free bekommt, wenn ihr kreativ genug seid. Ich bin's nicht und damit fangen wir direkt an und danach gehen wir an leider unser Cheater-Thema aktuell, denn da gab es eine Bannwelle und zwar innerhalb von 24 Stunden. 26.000 Accounts sind an einem Tag gebannt worden. Da gibt es Gerüchte, dass es jetzt aktuell von Activision einen Angriff auf die einzelnen Sheet-Provider gibt, aber dazu kommen wir gleich. Ich will euch vorstellen, was ihr machen könnt, damit ihr was Geiles habt. Pass auf. Wenn ihr bei Marcel und den Jungs euren eigenen Controller herstellen wollt, dann könnt ihr das auf der Homepage sehr, sehr einfach machen. Ich bin super, super glücklich darüber, dass ihr die Möglichkeit habt. Aber, und das ist das große Aber, das Ganze ist natürlich in gewissen Art und Weisen mit Farbmustern vorgegeben. Marcel und ich haben uns ausgedacht, dass wir euch ein bisschen mit reinnehmen in etwas sehr, sehr Geiles. Und jetzt passt auf, was ihr machen könnt. Unten in der Videobeschreibung ist der Link für das Tool. Ihr könnt es mit Photoshop öffnen, ihr könnt es mit Gimp öffnen, egal was für ein Bildbearbeitungsprogramm ihr habt. Ihr ladet euch einfach das, ich sag mal, Vorlagendesign runter und könnt so kreativ werden, wie ihr wollt. Ihr könnt euren eigenen Controller herstellen, ihr könnt tun und machen, was ihr wollt. Das hier sind einfach vorgegebene Beispielebenen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt Airbrush drauf machen. Ihr könnt, ich habe keine Ahnung, ihr könnt es füllen. Ihr könnt Text drauf schreiben. Ihr könnt hier, wenn ihr jetzt sagt, hallo, sieht super aus, nehmt noch eine andere Farbe, dann sieht man das auch anders als bei mir, nicht Kreativkopf. Ihr könnt all das verändern. Ihr könnt machen, was ihr wollt und schickt dieses Projekt dann abgespeichert, einfach an die E-Mail, die unten in der Videobeschreibung steht. Das Geile an der ganzen Sache ist, die besten drei werden von uns zur Wahl gestellt, in 14 Tagen Einsendeschluss, der 24.3. Sonntag. Und diejenigen, die den coolsten Controller machen, werden dann eben in einer öffentlichen Abstimmung ausgewählt und der Gewinner von den drei bekommt seinen eigenen Controller komplett umsonst von mir und sein Controller, wenn er das möchte, wird zum Verkauf auf der Homepage ausgestellt, dass auch andere Leute aus der Community die Chance haben, da einfach zuzugreifen. Ganz wichtig, nur eine Sache bitte bedenken. Ihr müsst euch nirgends wo anmelden. Ihr müsst nichts angeben. Ihr dürft nur keine Copyright-Sachen nehmen. Ihr dürft da jetzt kein Bild reinfügen von Adidas oder von Nike oder von Borussia Dortmund. Es soll eure eigene Kreativität sein. Ihr sollt euch da austoben. Und wenn ihr keinen Bock habt, das einzuschicken, könnt ihr es trotzdem speichern und zum Marcel schicken. E-Mail-Adresse steht unten, wo es hin soll. Und könnt euch den so kaufen, wie er dann aussieht. Das heißt, eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und ich hoffe auf super viele Einblendungen. Ich sage es euch, wie es ist. Einen eigenen Controller herstellen, den ihr so haben könnt, den ihr den Leuten vorstellen könnt, ist, glaube ich, eine coole Sache, die ich so noch nicht gesehen habe. Und ich hoffe, dass viele von euch, selbst wenn ihr keinen Photoshop habt, einfach GIMP runterladen. Das ist kostenlos, dauert drei Minuten, dann könnt ihr loslegen. Ich habe versucht, kreativ zu sein. Ich bin dran gescheitert. Ich bin dafür nicht gemacht. Kommen wir zu dem Hauptproblem, was wir aktuell haben. Das hier habt ihr, und ich kann es euch immer nur wieder empfehlen, CharlieIntel ist die Informationsseite schlechthin auf Twitter. Und während diese Plattform Twitter wirklich nichts Gutes mehr an sich hat. Da laufen nur irgendwelche völlig geisteskranken Menschen mit einem blauen Haken rum, die 24 Stunden am Tag nichts zu tun haben. Irgendwelche Leute, die irgendwelche Scheindebatten führen, weil sie langweilig ist und weil sie nichts zu tun haben. CharlieIntel ist so, ich sage mal, das Goldstück für die COD-Szene, wo ich mich täglich einmal informiere und gucke, ob irgendwas ist, was ich gar nicht mitbekommen habe. So zum Beispiel David Fondaha hat ein neues Studio gegründet und macht wohl ein FPS-Game, worauf ich mich freue, während auch immer es rauskommen wird. Die ganzen Q&A-Tester haben eine Gemeinschaft gegründet. Hier in Deutschland würde man sagen, eine Gewerkschaft sozusagen, um sich eben gegen diesen ganzen Terror seitens Activision und Microsoft ein bisschen zur Wehr zu setzen. Und hier gab es jetzt ein Update und das passt natürlich, dass es kam, denn die Frustration bei den Menschen in COD ist in den letzten drei, vier Wochen exponentiell gestiegen, weil einfach immer mehr Leute am Cheaten sind. Und ich habe mir überlegt, ob ich das zeige, aber jedes kleine Kind, was COD-Cheats angibt, wird auf all diese bekannten Seiten kommen, wenn ihr euch das anguckt. Und was ich nicht verstehe ist, warum wird nichts dagegen rechtlich getan? Guckt euch das an. Ihr könnt in COD für 30 Targets für 20 Euro cheaten. Mit allen möglichen Sachen ist alles dabei. Ich mache natürlich keine Werbung dafür. Und letztes Mal haben wir gesagt, du darfst es nicht zeigen. Leute, wenn jemand in Call of Duty cheaten will, braucht er nichts anderes tun, als Folgendes bei Google eingeben. Und ich glaube, dass selbst der dümmste Mensch der Welt in der Lage ist, Call of Duty Cheats einzugeben. Und dann seht ihr so viele Seiten, wo ihr irgendwie da Infos drüber bekommt, um es direkt zu kaufen und Sonstiges. Und das ist etwas super Frustrierendes. Und jeder, der cheatet, ist halt einfach ein Hundekind und hat einen kleinen. Aber tatsächlich haben sie jetzt was getan. So, und oh, ist das hell. So, und das Team Ricochet, das sind ja irgendwie in den Entwicklerstudios so einzelne Mitarbeiter, die so zusammengesetzt worden sind, haben gesagt, wir verstehen eure Frustration im Zuge der gestiegenen Cheatmeldung. So habe ich gedacht, naja, das ist ja auch nicht schwer, das zu verstehen. Und mit dem Launch von Season 2 Reloaded, was ehrlich gesagt so langweilig ist, ist, dass ich darüber gar kein separates Video gemacht habe, weil einfach nichts Neues dazu kam. Season 3 wird anders. Da soll es wohl so sein, dass tatsächlich Rebirth Island dazu kommt, worauf ich mich sehr freue. Es gibt einen Fix für fliegende Fahrzeuge. Das gab es vor, ich glaube, in Vanguard schon mal, in Caldera. Da flogen auch plötzlich Cheater in Fahrzeugen über die Map und haben von oben geschossen. Es gibt eine neue Mitigation. Das sind ja die Special Features, die Ricochet anwenden soll angeblich, wenn es jemanden ingame entdeckt, der cheatet. Und hier ist es so, dass Autos, die eben nicht fliegen sollten oder zu hoch fliegen können, einfach explodieren. Ich verstehe das nicht, warum sie das immer promoten. Es ist mir scheißegal, ob ein Cheater plötzlich keine Waffe mehr in der Hand hat oder sonst was. Und ich kann auch die Erklärung nicht mehr hören, dass man die Leute in der Runde belassen möchte, damit man mehr Infos sammelt. Ich glaube, dass die mittlerweile mehr als genug Zeit hatten, um genug Infos zu sammeln, um zu realisieren, dass sie halt selber als Team Ricochet unfähig sind. Das ist einfach so. Und all die Leute, die Ranked spielen oder Public for Fun oder sonst was, sind einfach genervt und frustriert und gehen weg, weil sie keine Lust haben, jede Runde mit Cheatern in einer Lobby zu sein. Dazu schreiben sie dann, es gibt eben jetzt noch verbesserte Protections und eine verbesserte Response Time für die Kernel-Level-Driver. Das sind ja die auf dem PC-Untersuchungen, die stattfinden, wo dann eben festgestellt wird, ob im Hintergrund von der Warzone ein Programm läuft, was da auf die Daten, auf die Spieldaten Einfluss hat. Auch das klang damals super, funktioniert auch nicht wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Dann gibt es jetzt verbesserte Optimations bei der Detection in Ranked Play. Das heißt, Ranked Play ist ja von Cheatern verseucht, wirklich verseucht. Deswegen habe ich auch null Interesse, es überhaupt anzufangen. Das war schon seit zwei Jahren oder vor zwei Jahren so. Das soll jetzt schneller gefunden werden. Auch, es ist nichts Festes an der Hand. Alles, was sie einem geben, ist nichts Festes und bringt einem irgendwie gefühlt gar keine Beruhigung, dass man sagt, okay, es wird wirklich hart dran gearbeitet, es wird was dagegen unternommen. Dazu hier Third-Party Hardware Device Detection, also verstehe ich auch nicht, wie das funktionieren soll, weil Hardware Detection Third-Party bedeutet sowas wie Kronos, der ja eigentlich schon vor Wochen und Monaten gebannt sein sollte, was anscheinend auch nicht richtig funktioniert. Und dann, das hier ist die Höhe, 26.000 Bands an einem Tag. Wisst ihr, wenn die an einem Tag 26.000 Accounts bannen, will ich gar nicht wissen, wie viele an diesem einen Tag offiziell wirklich gecheatet haben und gar nicht erst gebannt worden sind. Denn die treffen mit so einer Bannwelle nicht 100% der Cheater. Und dazu sieht man dann solche Leute wie das hier. Und das ist etwas, was mich persönlich in den letzten vier Jahren, ich glaube sechs oder sieben Mal getroffen hat, Shadow Buns. Irgendwelche Leute reporten euch und nach einer gewissen Anzahl an Reports seid ihr Shadow Buns für zwei Wochen. Ihr könnt keinen Einspruch einlegen, ihr bekommt keine Hilfe dabei, ihr kriegt euren Account erst nach zwei Wochen wieder vernünftig zurück. Und das hat nichts damit zu tun, ob man mit einem VPN spielt oder ob man Reverse boostet, sondern der einzige Grund, warum man Shadow Buns wird, ist, dass man aktiv cheatet, kommt in Shadow Buns-Lobbys, wird manuell überprüft und wird dann weggehauen. Oder ihr werdet einfach reportet, was bei uns meistens dann der Fall ist, von irgendwelchen Leuten, die halt nicht checken, dass ihr 30 Kills schafft oder 50 oder 100. Und nach ein paar Reports seid ihr weg und ihr könnt zwei Wochen mit Cheatern spielen, gar nicht spielen und dann nach zwei Wochen geht das Ganze von vorne los, bis ihr wieder reportet werdet, um dann wieder gebannt zu werden. Das Ganze ist super frustrierend, es ist super nervig und ich kann nur hoffen, dass diese Franchise nicht komplett den Bach runter geht. Denn dieses Problem ist Jahr für Jahr, es wird immer schlimmer und die Leute werden immer mehr, die super, super viele Komplexe haben und sich ein fucking Aim-Bot für Call of Duty kaufen für 20, 10 oder 30 Euro im Monat. Und wisst ihr was? Jeder Account, der gebannt wird, wird mit einem Spoofer direkt den nächsten Account für 3 Euro kaufen und einfach weitermachen. Ich hoffe so sehr, dass es langsam aufhört, denn es nimmt einem die Freude an Gaming und das ist das, wofür wir eigentlich alle an der Konsole am PC sitzen. Checkt unten die beiden Links, holt euch das Tool, habt viel Spaß, pfeift auf die Cheater, macht euch einen schönen Sonntag, haut rein!